...überall, wir haben Video-Footage von dem. Okay, wir werden mal gucken, ob ich... Oh, Alter! Ich muss vielleicht noch das... Ich bin schwitzt, da sieht man den Schwitze! Oh, oh. Ja, ihr habt euren Spaß gemacht! Ja, aber Spielerschulden sind Ehrenschulden, haben wir gesagt. Und du hast mir was... Oh, das ist ja was... Tätowierst du mir? Jetzt muss man vielleicht nur dazu sagen, fairerweise nicht, dass die Leute zu Hause oder die Kiddies zu Hause sagen, ey, das ist ja eine tolle Nummer, ich gehe morgen los und die tätowieren mich. Nein, weil ich mich sehr schön finde, du tätowierst keine Menschen unter ihrer Volljährigkeit, also hier in Deutschland unter 18 und in Amerika nicht unter 21, was ich sehr, sehr geil finde, macht ja nicht. Ich habe Fuseln am Arm, guck dir das an mir. Und ja, du tätowierst mich und wir müssen fairerweise dazu sagen, du hast natürlich von mir vier Elemente bekommen, die du in das Tattoo einfließen lassen hast. Nicht, dass der jetzt plötzlich irgendwie... Machst du mir hier einen Kaffeeautomatikscher und der Ampel jeder... Ja, mit Zucker, mit Zucker, mit Zucker, mit Zucker, mit Zucker, mit Zucker, Zucker! Scheiße, du mir geht der Stift. Der tut weh, wa? Ach, ist halt okay. Alter... Ist nicht so schlimm. Meine Damen und Herren, mir geht's schon... Man kann nicht, aber... Oder gibt's bei euch auch Männer, die einfach irgendwann... Was ist denn das? Alter... Tut das weh? Tut das weh? Freilich tut's weh. Freilich, das ist ja, weil du das kriegst, weil es da weh tut. Meine Damen und Herren... Aber du hast mich suchen lassen, also es tut weh. Ich hab dich gesucht gestern. Hier sind meine Fans, hier. Alter, mach das aus. Meine Damen und Herren, gleichwertig tätowiert. Ich werde mich jetzt vorbereiten für ein Tattoo. Man darf kein Alkohol trinken, ist ganz wichtig. Also ich werde mich mental vorbereiten auf das Tattoo. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Und dann geht's hier los. Dann krieg ich hier so... 30 Jahre Mediamarkt. Da kann man mal sehen, wo der Frosch die Locken hat. Herzlichen Glückwunsch. 2009 feiern wir 30 Jahre Mediamarkt. Mit dem Mediamarkt-Opentarif. Nimm vier, zahl drei. Kaufen Sie mit...